Kommen Sie herein! Es tut mir leid, die Züge werden ganz und gar unmedienmäßig. Das muss wohl an Heiligabend sein. Ja, ja. Nein, nein, nein. Der Herr ist ja kleiner Lahm-Arsch. Da hast du auch schon mal heran gedacht, die ganze Sache tut es ja ein bisschen aufzuknippen. Ach, dich will ich. Ich auch. Ich werde nicht unnötig Sex oder Gewalt mit hineinkriegen. Für mich, Mann. Das mach ich. Hör, du steh platziert. Nein, 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 nein. Hallo, wer ist da? Wer klopft denn da? An mein Haus? Ja, also was? Ganz direkt gesagt. Ja, ähm... Sex. Einti! Hallo! Du dummes blödes Pfeil! Was ist das? Der Trommelnir. Was? Der Trommelnir. Der Trommelnir. Der Träger, der Trommeln! Er war doch bis sechsmal. Verdammt! Weißt du, wenn ich auch nur einen Augenblick annehmen müsste, dass du da unten auf meinem Fußboden gelegen hast, in meinem Wohnzimmer oder meinen Weihnachtsbaum und versucht hättest, meine Frau zu buchsen, während ihr beide stockigstatt habt, dann würde ich dich Stück für Stück auseinandernehmen. Aber die wurde trunken mag ja eigentlich gar nicht.